Servus meine Lieben, hier ist der Patrick und willkommen zu einem neuen Video von KS-Matic. Also meine Lieben, heute haben wir ein cooles Projekt für euch und zwar wollten wir euch mal zeigen, wie wir so einen schönen Motorraum wieder auf Vordermann bringen. Hier ist ein sehr, sehr gutes Beispiel des Autos von 2005, Aston Martin V12 DB9 und der Motorraum ist leider nicht mehr in so einem guten Zustand. Schaut euch das mal an, kommt mal her, gerade hier das Kunststoff und so weiter ist total verschmutzt, wie ihr das seht, der ganze Motorblock, hier die ganzen Aluteile und Plastikteile, aber meine Lieben, das werden wir jetzt zusammen machen, wir werden den danach auch versiegeln, das heißt mit Keramik, gerade das Kunststoff und so weiter, hier die ganzen Motorblockteile, dass sie einfach für mehrere Jahre geschützt sind. Was nehmen wir dafür? Und zwar haben wir unseren Steamer dabei, unser Heißdampfgerät, was einfach sehr, sehr geil ist, gerade für Motorräume, einfach keine Chemie, sehr materialschonend und du kommst auch in jede Ecke rein und da halt noch unser Interieurcleaner, den man aber auch super für Motorräume benutzen kann und zwar der von Giant, den benutzen wir heute, den benutzen wir auch sehr gerne, noch einen schönen Pinsel und ein Mikropassertuch. Also bleibt gespannt, jetzt geht's los. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.